Mein Name ist Holger Zernitsch und zusammen mit meinem Kollegen Florian Baumann sind wir Hearing Campus. Hearing Campus ist eine App, also eine mobile Anwendung, mit der jedermann sein eigenes Hörvermögen testen kann. Zusätzlich bietet es natürlich auch die Möglichkeit Menschen, die schon über ein Hörgerät verfügen, ein Werkzeug in die Hand zu geben, ihre Geräte besser einzustellen und dem Hörgeräte-Akustiker eine bessere Datenbasis zu bieten. Unsere Anwendung geht über den normalen Hörtest hinaus. Wir überprüfen auch das Verständnis von Silben und Zahlen, von erweiterten Frequenzbereichen, die in einem standardmäßigen Hörtest nicht abgebildet werden, aber die heutzutage von vielen Hörgeräten zum Beispiel schon reproduziert werden können und erlauben so eine bessere Anpassung an das eigene Hörvermögen. Wir werden Hearing Campus bis Mitte 2014 gründen, dann wird die App verfügbar sein und jedermann kann dann Klarheit über sein eigenes Hörvermögen erhalten. Sie haben die Wahrheit über den Hörvermögen erhalten. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020